hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hofbergmann mit dem tiger farm hallo so du hast was interessantes entdeckt wie auftrag wie auftrag du hast was interessantes entdeckt habe ich gesagt du hast geschaut welchen auftrag wir machen können und da hast du ja wenn man das spiel startet dann ist auf einmal die minus 117.000 also im endeffekt ist der auftrag gelöscht eventuell durch spiele neu starten vielleicht löscht sich der auch automatisch bin ich mir nicht sicher ich denke mal durch den spielneustart da das geschlagen ist genau also vermutlich dadurch ist der auftrag weg aber wenn wir in silo gucken kann man immer noch 120.000 hafer das heißt wir konnten doch den den eigentümer bescheißen und wir haben jetzt 120.000 hafer plus gemacht so jetzt machen wir zwei andere aufträge weil unsere felder sind alles soweit fertig gewächshäuse sind fertig alles soweit erledigt oder bei den kühnen sieht es gut aus und bei den enten auch was machst du denn so ich denke auf feld 9 ich ernte auf feld 15 mit unseren eigenen maschinen dann hol mal also ich hole bei meinem auftrag 700 mehr raus aber naja man muss auch eigentlich immer so rechnen man braucht ja auch ich hätte das schneidwerk reparieren sollen scheiße neun ach so schlimm ist es kann bis zu acht oder sieben werden ja aber kostet halt zeit die 700 die wir dadurch voll mehr kriegen finde ich sind gar nicht so ausschlaggebend weil man ja auch seine eigenen fahrzeuge dann wieder reparieren muss auch nur gucken wir mal bei dir oben sind kartoffeln glaube ich angepflanzt ja das wollen wir dann auch noch abernten genau und feld reif ist dann wird man das machen wenn wir irgendwann mal richtig kohle haben das wird man recht schnell kriegen weißt du warum warum weil wir die ganzen bauen hier abzocken er ist zumindest der plan bei mir hier dass ich das weizen auch abzocken guck mal die wiese rechts hier in mir diese riesen wiese wenn wir irgendwann mal richtig viel geld fast eine million dann kaufen wir uns das was machen wir damit dann krass krass daraus machen wir silage aber wir brauchen keine silage das ist eigentlich doof nein 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 und die silage verkaufen wir ja dessen dessen plan das ist ein plan was gibt es mir für silage moment ich bin hier dein nachschauer 506 beim vierhändler aber ist aber momentan sinkend ja und ich glaube schon etwas länger das ist gut das ist ein guter plan also lohnt sich hier silage doch weil ich habe ich war der meinung wir bräuchten gar keine silage produzieren weil die kühe brauchen das nicht da reicht ja wenn man heu reinkippt das ist richtig aber du hast jetzt nur für die kühe gedacht ja man kann es ja auch verkaufen daran hat gar nicht gedacht und das bringt uns richtig geld an ja dann sollte man vielleicht auch mal überlegen ob wir vielleicht mal bei uns in feldern ach so ne dafür haben wir keine seitechnik doch die normale kann gras ach so ja dass man gras als silage machen ich habe jetzt eher gedacht an mais ja mais ist mais ist mais ist mais braucht man viel zu haben würde ich so gar nicht sagen die great plains und in 18 meter zwei arbeitsbreite dieses kann man kann das aber nachteil und muss halt trotzdem vorher kuppern hallo ja ich glaube wir kriegen richtig viel weizen von dem feld hier runter auch wenn es nur weizen ist ich bin jetzt immer außen rum gefahren und hat schon 8000 oh ja das lohnt sich nie durch die abzocke ja ich glaube so weit so weit so weit hat noch niemand gedacht ich glaube wir sind die ersten das könnte sein wer denkt denn darüber nach die bauern abzuzocken ja wer denkt denn darüber nach nur kriminelle energie äh leute mit krimineller energie keine sorge wir haben keine kriminelle energie äh naja hier im moment schon ja aber real life eigentlich weniger das ist wohl wahr aber es funktioniert nur bei bei aussaat also du könntest jetzt nichts abzocken wir zocken nur die ernten aber es bringt trotzdem was äh das düngen meinste düngen finde ich immer sehr sehr lohnenswerte aufträge weil es wirklich schnell geht du hast eine gute arbeitsbreite ich habe ich habe ich habe eine gute nachricht für dich welche der haferpreis ist steigend das ist wirklich gut es passt gerade haferpreis habe ich gesagt oder ja wir haben ja ein bisschen was im silo ja also ist momentan bei 1008 ok also ich nehme an der wird schon auf 1500 oder so gehen locker oh hier fällt nebenan ist auch fertig fällt 7 und 14 ach ich liebe gps auch ich nicht das müssen wir irgendwann nochmal in brescher einbauen ja wenn wir geld haben ich werde schauen dass wir keins haben wir haben gleich wieder geld warum jetzt jetzt können wir es leisten du wechselst ach das kostet 15.000 ich dachte 50 ne 15 achso dann geht's ja dann kannst du es irgendwann machen 50 wäre auch ein bisschen übertrieben ja habe ich aber so im kopf gehabt ich weiß nicht warum kann sein dass du nur schlechte Ohren hast aber das ist ein anderes Thema das denke ich auch so ich war jetzt noch ein vorgewende und dann ähm schauen wir mal weiter also ich habe schon 71% das ist gut ist noch nicht in der auftrag ne 50% du könntest auch noch mal ein ernteauftrag machen bei der 14 ist Mais drauf dann bräuchten wir Maispflücker na müssten sowieso mieten meinst du die fahrzeuge vom auftrag mieten ja warum vom auftrag mieten wir können uns auch einfach äh Mais gewisse für den rosselmesch mieten oder wir kaufen uns eins was kostet das keine Ahnung ich meine rauskriegen tun wir das sowieso wieder ja locker also nebenan die 7 hat Hafer drauf damit haben wir ja schon gute Erfahrungen gemacht gute Erfahrungen im Abzocken ja übrigens Leute wenn euch das Projekt gefällt wenn ihr gefällt was wenn euch gefällt was ihr seht lasst gerne mal ein Like, Abo und einen Kommentar da und alle an alle Hater da draußen no chance Varuna freut sich über Klicks ja das auch auf jeden Fall also was ich vor ein paar Tagen gemacht habe ist ähm beziehungsweise letzte Woche ähm ist einen Hater habe ich gemeldet sag ich ganz ehrlich ähm weil er einfach gemeint hat so von wegen ey wenn du keine Facecam benutzt dann geht's weiter äh ich glaube das ist eher so ein verkappter äh stalker oder so der dem gefallen eigentlich die Videos aber er möchte halt unbedingt wissen wer ich bin äh Maus funktionierst du auch oder die die äh keine Ahnung wie macht ne Maus äh boom wenn sie nicht funktioniert macht sie boom ach jetzt funktioniert es wieder ordentlich wenn die Fliegen noch als Auftrag wäre wäre schon geil ja können wir dann direkt nochmal können es halt direkt weitermachen ne ja aber jetzt gucken wir mal eigentlich wäre ein zweiter Drescher auch gut gut weil es dauert halt schon ewig ja hab 89% was ich weiß nicht was du von ewig hast was du für ihn na du aber ja ernten dauert halt lange Hashtag 24 Meter ja Dreschen dauert halt doch äh ne Ecke länger wie alles andere außer Pflügen Pflügen ist natürlich nochmal ne andere Geschichte oder du du nimmst die 7 mit Drescher also mit Maschinen also ich finde halt ähm wir können wirklich 7 gibt es nicht mehr hä 7 gibt es nicht nie hast du schon angenommen oder was ne du meinst die 1 nein Fels 7 Fels 7 gibt es noch keinen Auftrag klar gibt es ach gibt es noch keinen Auftrag aber es ist erntereif dann kommt der Auftrag bald rein dauert immer ja ein bisschen 98% hab ich 99% easy 11,14% gibt es auch noch nicht ne so macht man Geld 16.000 hast du dafür bekommen ja klar nice dann guck mal was so ein Maisschneidwerk kostet minimum 9 Meter ja das kostet 67.000 das kriegen wir aber locker rein diesel hätten wir auch noch zu verkaufen stimmt und das ja warte mal ich schau mal was das wird nicht angezeigt in der Liste oder ne ok aber es gibt viel glaube ich ich glaube so 2000 rum gibt es schon meinst du äh für eine Tonne naja hoffe ich zumindest es gibt leider keinen weiteren Düngeauftrag momentan deshalb achso deshalb meinte ich ja wenn wir noch einen Ernteauftrag annehmen wo wir Maschinen dazu kriegen dann können wir ja da noch den Drescher abziehen also jetzt nicht klauen sondern dann auch für was anderes benutzen das geht nicht doch das geht echt ja es gibt sogar einen Bug wenn du ich weiß nicht ob sie den gefixt haben in der 1.4 aber wenn du im Drescher sitzt und den Auftrag beendest und abschließt dann bleibt der Drescher da also ich hatte das äh ich war an einem Traktor geht auch da hab ich einen Auftrag gemacht mit einem Kumpel und äh da saß ich noch in einem LKW ja ich hab abgeschlossen ist weggegangen ich glaub das wurde gefixt ok schade das war nämlich eine Zeit lang so das hab ich ja auf der NF Marsch ein paar mal gemacht war sehr praktisch äh ups ähm da konnte es nämlich dann die Fahrzeuge behalten so ich stelle jetzt gerade mal den Akkuliner noch ans Feld und dann äh geht's morgen weiter ich bedanke mich bei euch für allen allen recht herzlich fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da wie schon mal erwähnt und bis morgen ciao ciao